Ne, ich habe sie selbst noch nicht genutzt, aber ich habe jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, gemerkt, dass ich da Informationen hätte bekommen können, wo ich vorher längere Zeit für gebraucht habe, um sie zu bekommen. Ja, mir sind einige von den Unternehmen auf der Plattform nicht bekannt gewesen, definitiv. Und ja, da kann man vieles Neues kennenlernen und entdecken. Es ist natürlich einfach, sich über die Plattform einen Überblick zu verschaffen, über die ansässigen Firmen und Unternehmen und sich zu informieren, was einem gerade im jetzigen Zeitpunkt einfach, was man braucht, was man unterstützen kann. Also mir ist jetzt aufgefallen, zum Beispiel eine Yogaschule in Hahnstetten, wo ich lange gesucht habe, bis ich eine passende gefunden hatte, eine passende Yogalehrerin. Und das hat mir ein bisschen Ansporn gegeben, da einfach mal öfter drauf zu gucken. Also ich finde schon, dass die Region das braucht, einfach um sich darzustellen, um auch den Zusammenhalt zwischen A und Einbrich ein bisschen zu sehen.